Wusstest du, dass dein Fokus sofort weg ist, sobald du beim Lernen ans Handy gehst? Man nennt das den Sägeblatteffekt. Warum Sägeblatteffekt? Weil ihr müsst beim Lernen erstmal den Fokus langsam und mühsam aufbauen. Dann geht ihr ans Handy, ganzer Fokus ist weg. Wieder langsam, mühsam aufbauen, ganzer Fokus weg. Langsam, mühsam aufbauen, ganzer Fokus weg. Ihr seht, das sieht aus wie so ein Sägeblatt. Wenn die Fläche hier die Zeit ist, die ihr effektiv lernt, dann seht ihr, das ist gar nicht so viel von dem, was ihr eigentlich hättet lernen können. Wenn ihr nämlich von Anfang an fokussiert gelernt hättet und dann auf diesem Level drauf geblieben wärt, ohne dass ihr regelmäßig an Handy geht, dann seht ihr, boah, hier ist wirklich die Zeit perfekt zum Lernen genutzt und ihr seid am Ende viel schneller fertig, als wenn ihr immer ans Handy geht und es macht auch viel, viel mehr Spaß. Und sei mal ehrlich zu euch selbst, braucht ihr das Handy wirklich beim Lernen? Nein, braucht ihr nicht. Zumindest dann nicht, wenn es um das Thema Mathe geht. Wir finden nämlich, dass es an sich schon spaßig genug, da braucht man kein Handy. Ab heute also keine Ausreden mehr. Handy aus dem Raum, 100% Fokus beim Lernen. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.